Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kanalverstellung, meine Kanalverstellung Nummer 102 und dem gehört Viruskreuz HD, 26 Abonnenten, 536 Aufrufe und am Heiligabend, 24.12., ein schönes Weihnachtsgeschenk, ne, bestimmt, vom Weihnachtsmann hattet ihr bestimmt geschenkt, 24.12.2014, seitdem hat er nämlich den Kanal, wir gucken in die Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen meine lieben Gaming-Freunde auf meinem Kanal, wenn ihr Lust habt jeden Tag neue Videos zu sehen, dann seid ihr hier genau richtig, ich bringe jeden zweiten Tag ein, zwei Videos raus, zum Beispiel Clash of Clans, Minecraft und noch andere Mobile Games, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann würde ich euch raten ein Abo dazulassen, es würde mich auch riesig freuen, wenn ihr mir Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreibt, PS, viel Spaß auf meinem YouTube-Kanal, kann man so schreiben, gar kein Problem, man könnte natürlich noch was hinzufügen, ne, das was ich bei den letzten Kanalverstellungen auch schon gesagt habe, aber, wie gesagt, jeder macht seine Beschreibung so, wie er es möchte, und ich mache hier auch keine Bewertung, ich stelle die ja nur vor, die Kanäle, also, schauen wir auf die Videos von Viruskreuz. Hallo und herzlich willkommen meine lieben Gaming-Freunde zu der allerersten Folge von Minecraft 1 vs. 1. Und ja, wie ihr seht, ähm, tue ich jetzt hier mal versuchen, Leute herauszufordern, die mit mir dann ein 1 vs. 1 spielen. Vielleicht seid ihr auch mal dabei und könnt mich dann, ähm, könnt gegen mich kämpfen. Ich heiße Viruskreuzer und ja, ich bin nicht sehr gut, das muss ich schon mal von Anfang an sagen. Einfach draufhalten. Ja! Ich habe das erste Match gewonnen, Leute. Und ja, Leute, woher ich diesen Server jetzt weiß, ist von einem netten YouTuber, den habe ich selber, ähm, auch abonniert und hab den auch, guckt den auch ziemlich oft. Und der hat mir, hat halt in einem Video den Spielmodus empfohlen. Oh, das ist Aerosol! Aerosol D oder wie der auch immer heißt. Den habe ich auch, auch abonniert, komischerweise. Und da seht ihr schon, natürlich, hauptsächlich Minecraft. Hier hat er zum Beispiel ein, ist das ein Let's Play Together? Ich glaube, das war ein Let's Play Together. Lumpi Dumpi. Das macht er aber wahrscheinlich mit einem Kumpel zusammen. So hört es sich an. Und wie gesagt, hier mal eine Folge Clash of Clans. Hat er schon 23 Folgen. Also das Projekt scheint er wohl ein bisschen häufiger zu machen. Hier mal eine Runde Survival Games. Hier mal eine Runde Skywars. Also auch mal ein bisschen Minecraft-Bvp. Zwischendurch hier wieder Survival Games. Hier wieder eine Runde Clash of Clans. Oder verschiedene Mobile Games. Hier hat er zum Beispiel mal Heyday. Ähm, die zweite Folge rausgebracht. Ragio zum Beispiel. Wird ja in letzter Zeit auch ganz gerne gespielt. Hier noch ein paar Intros. Also er bräuchte bestimmt noch ein paar Unterstützung. Ist erst seit einem halben Jahr dabei. Unterstützt ihn mit einem Abo oder mit einem Like. Oder vielleicht mit einem Kommentar. Verbesserungsvorschläge sind, wie gesagt, sehr gerne gesehen. Und dann, ja, geht es unten in der Videobeschreibung auf den Link zu Viruskreuz HD. Und wenn ihr euch mal bewerben wollt, Mindestvoraussetzungen zu den Videos. Schreibt mir eine Privatnachricht. Und schon werde ich versuchen, euren Kanal so gut wie es geht halt vorzustellen. Ne, vielleicht hilft es euch was. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Das ist ja immer unterschiedlich. Dir wünsche ich, wie gesagt, viel Glück weiterhin, Viruskreuz. Ja, viel Spaß auf YouTube. Und, ähm, ja. Dann sage ich euch bis zum nächsten Mal. Und, ciao. Und, ciao. Vielen Dank.